Die Agenda Wien ist jetzt seit vielen Jahren mit dabei beim Nachbarschaftstag, weil es einfach darum geht, an diesem Tag Nachbarschaft zu feiern. Es gibt im Bezirk verschiedenste Aktivitäten, Anlässe, dies zu tun. Im Planquadrat findet zum Beispiel Picknick statt seit vielen Jahren, wo man einfach mit den Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam essen kann, picknicken kann, plaudern kann, sich austauschen kann, über das, was im Kretzl so funktioniert. Wir haben uns heute getroffen und sind in Kretzl ins Spaziergegangen mit ca. 25 Personen und haben da geschaut, wo man was besser machen könnte vielleicht. Das Ende war da am Kühlplatz, wo es sehr schön ist mit Kaffee und Kuchen. Ich glaube, das war ein ganz netter Vormittag. Es sitzen alle zu Hause in ihren Wohnungen und regen sich über das oder jenes an, aber sie sind oft auch nicht bereit, gemeinsam etwas zu machen. Und das ist die Herausforderung, dass man die Leute herausholt und dazu bewegt, dass wir gemeinsam etwas machen und dadurch auch etwas verändern können.